Hallo und herzlich willkommen zurück bei It Takes Two. No, look. He's tracking her well-being. Yeah, yeah, still super creepy. Hey, what does this do? What? No, that can't be right. I mean, she laughs at least a few times every day. We have been arguing a lot recently. Yeah, okay, but what about her worry, huh? What? No, that can't be right. Nah, nah, I'm sorry. This is this space monkey toy thing. He doesn't know what he's talking about, okay? Let's just get out of this creepy place. Hey, 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 how about maybe we can beam ourselves back to Rose from here? No, careful! Yeah, boom! It's working! Doesn't sound like it! Prepare to die. Ach, der ist schon wieder auf mich, Agro. Ja, und was müssen wir machen? Wie können wir den angreifen? Wow! Ja, was? Ich krieg den ja nicht runter. Kann ich den irgendwie... Hä? Warte mal, ist hier hinten noch irgendwas? Ach, da! Hier sind überall Löcher, aber keine Ahnung. Ich bin gleich tot, wenn das so weitergeht. Der ist nur auf mich fixiert, ey! Ja, und die blöde Kuh, die macht doch nichts mehr. Der weiß, wer der böse ist bei uns hier. Da! Da ist was. Macht da was mit. Er schneidet ein Loch rein. Wo ist das? Wo ist das? Hier. Ach, das war... Okay, den musst du da hinlocken dann. Äh, locken. Nicht locken. Oh! Ja, ich bin tot. Was musst du denn da überhaupt machen? Sterben. Ich auch. Bleib da, bleib da, bleib da. Oh, oh! Ey, ist das auf mich? Ja, alles klar. Ja, es wird auf mich. Hier ist gerade was am Leuchten gewesen. Da kannst du bestimmt was mitmachen. Hä? Hä? Hier, hier, hier. Äh. Also muss auf jeden Fall immer der andere dann gucken. Hier, bei mir. Siehst du, wo ich bin? Da hinten. Äh. Nein! Ach, ich raff's gerade nicht, ey. Was... Wie geht das denn? Ach so, bei dir ist das... Bei dem, was leuchtet. Du kannst auch irgendwie der hochgehen, ne? Ich sehe überhaupt nichts. Nein, der muss höher gehen. Springer, höher. Ach, ich muss das machen. Nein, ich muss das machen. Geh mal, geh du da drauf. Ja, der ist aber auf mich aggro. Was würdest du denn jetzt machen? Mann, es kann nur der Große ihn hinloggen. Das ist Blödsinn. Der ist doch die ganze Zeit auf mich aggro. Du musst dich da drauf stellen. Okay, ich fähre mich da drauf. Ach, jetzt verstehe ich. Ja. Ich habe die Dinger im Hintergrund nicht gesehen. Und jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Nein, jetzt bin ich falsch. Oh, ich kann nicht da hin. Ich komme den Laser an. Du musst das machen. Komm. Ich kann ihn nicht nehmen. Ich kann ihn aber auch nicht nehmen. Da, du musst das machen. Schnell. Mann, es geht nicht. Ypsilon. Mach dich groß. Ach so. Ach so. Oh, er hat noch Raketen. Ja, genau. Die dann auch noch Wärmebild... Ja, geil. Wie willst du das denn machen? Wärmebild. Ja, du weißt, was ich meine. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Die müssen mal auf ihn lenken, wahrscheinlich. Ah, nee, warte mal. Oh, Mann. Okay, also die kann es anscheinend lenken, wenn du da draufstehst. Ja, aber so nicht. Scheiße. Ach, ey. Erklär mir erst mal, wie man die Dinger lenken soll. Ja, genau. Ich habe es so schlau gemacht, ey. Oh, nein. Oh, ich sehe nichts. Also, das ist echt beschissen gemacht von der Steuerung her, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn getroffen. Einmal. Nimm die Rakete hier auch noch. Ach so. Nein. Fuck. Ja, ich wusste nicht, dass die hinter dir her war. Sag das doch. Ja, ich dachte, die wäre schon abgelegt, aber... Ah. Da ist nur noch eine, hä? Ich habe keine meinte mehr. Haben wir die jetzt kaputt gemacht? Nein, warum legt das Ding sich so scheiße, ey? Oh, jetzt habe ich auch wieder eine. Nein! Was ist jetzt los? Ja, du bist rausgegangen, steht da. Ich stelle sicher, dass die Plattform client online ist. Das Problem ist, jetzt sind wir wahrscheinlich ganz mehr im Boss komplett neu machen. Oder? Haben Sie gerade gesagt. Nee, doch nicht komplett. Scheint nicht. Okay, also Verringung zum EA-Server ist irgendwie platt gewesen. Oh, wieso explodiert die immer direkt? Ich verstehe es nicht. Oh. Ja, geil, ich konnte nicht mal ausweichen. Ich habe ihn getroffen. Wie machst du das? Ich kann nicht steuern mit dem Ding. Ich bin Raketenwissenschaftler, frag mich nicht. Ich bin Raketenwissenschaftler. Also ich bin Wissenschaftlerin, sagen wir es mal so. Wenn ich nach oben gehe, geht der immer nach unten. Ja, das ist ja... Hat der eine Falsch... Also die Steuerung falsch rum, oder was ist das für ein Mist? Das kannst du nicht vernünftig benutzen hier. Ist der... Ist der... Nein! Och, komm jetzt. Ich habe ihn getroffen. Ja, geil. Und mich auch. Wie, dich auch? Ja, keine Ahnung. Irgendwie ist meine Rakete plötzlich explodiert. Jetzt, wo der gerade so schön vor mir war, dass ich den benutzen konnte. Ich habe ihn auch getroffen. Oh, endlich mal. Oh. Ich habe ihn nochmal getroffen. Ja, die ist echt falsch rum, die Steuerung. Das ist ja scheiße. Ja, und ich bin tot. Oder habe ich ihn... Ne, ich habe ihn getroffen. Ne, ne, ich habe ihn auch nochmal getroffen. Äh, wir müssen das machen, irgendwie. Ich muss reingehen in den... Ich bin tot, oder? Mach irgendwas, mach irgendwas. Ich bin drin. Äh, ich bin in ihm drin. Und jetzt? Du musst ja machen. Du musst ja wahrscheinlich was kaputt machen, bevor der mich kaputt macht, nehme ich mal an. Ja, ich habe... Aua. 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 Nein. Bleib neben. Oh! Hilfe! Nein. Oh, nein. Ich bin gleich tot. Nein! Ich weiß nicht, was machst du denn da drin? Ey, das sind zu viele Dinge auf einmal. Das ist Jump and Run. Da muss ich... Das ist nicht gut für dich. Ich weiß. Ja, das sagten wir zu viele. Ach, komm! Nein! Warum... Wie komme ich jetzt da hin? Was auch immer du machst, beeil dich. Ich bin gleich tot. Ja, beeil dich. Mach, mach. Aber ich sehe nichts, wenn der da unten ist. Ich bin tot. Nein, ich auch! Ich war gerade wieder da. Ich war da ganz oben bei ihm am Fußpedal. Der hat mich zerquetscht. Ach, ich bin da. Ich bin da froh, was du willst. Wo muss ich jetzt denn? Ach, willst du mich verarschen? Wie weit geht das noch da hoch? Ach ja, komm, ey. Ich bin tot. Oh, ich auch gleich. Nein! Ach, wie willst du das machen, ey? Mann, immer in diesen Dingen, ey. Ich komme da nicht durch. Ich bin gleich tot. Ich bin jetzt ziemlich weit oben, aber ich bin tot. Ey, ich habe hier keinen Platz. Ich bin direkt tot, wenn ich wieder da bin. Ich habe ihn ejected. Wenn du dir die Aufnahme anguckst, ne? Kannst du dir dabei vorstellen, wie ich dir verbal den Hals umdrehe? Äh, nicht verbal. Wieso fliehst du das Ding jetzt? Oh, ich fliege? Scheiße. Was soll ich dir machen? Ja, ich muss den abschießen, aber du musst... Wo ist der denn? Da. Ich kann aber nicht tiefer fliegen. Du musst aber zielen irgendwie. Ja, ich ziele doch schon, aber du bist immer aus meinem Radar raus. Ich sehe nur einen Pfeil. Stop it! I'm Rosas only friend. She needs me. Ja, toll. Ein Herz weniger. Ein Herz. Er hat noch ein Herz. Er hat noch ein Herz. Er hat noch ein, einmal. Da, wo ich hinschieße, in der Richtung. Ja, ich habe noch. Ja, wo du hinschiehst. Hast du mal auf meine Seite geguckt? Nee, nach der Zeit. Ja. Bis zum nächsten Mal. Okay. But you have to promise, you won't make her cry. Ja, ja, ja. We promise. Okay. Tell Rose, that whatever happens, I'll always be her best friend. Oh, she's over there, look. Rose! Sweetie! Darling, this might look strange, but it's us. It's Mom and Dad. Rose! We need your help. Look, yeah, it's us. What? She can't see us. Sweetheart, we need to talk. We need your tears to break the spell. Darling! She can't even feel us. What are we going to do? Wait, wait, look. Did you just see that, huh? We have the power to affect stuff around her to get her attention. Yes, that's perfect. Right. Let's destroy something Rose loves to make her cry. What? The elephant. Rose loves her elephant. It's her best friend. We destroy the elephant. We make Rose cry. Oh, my God, May. That is their great idea. She'll cry a river! Yes! Boom! All right, now we just gotta, uh, well, we just gotta get through her toys. Well, this would have been a lot easier if you'd tidied her room. Yeah, well, at least I didn't buy her a crazy space monkey that nearly got us killed. Oh, shut your clay face. Woo! Oh, my nose is itching. Yeah, that's the, uh, dust. We must remember to clean under her bed. Ahchoo! Yeah, noted. Okay. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Wo läufst du denn jetzt hin? Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für die extrem lange Folge gerade. Und mach's kurz und schmerzlos. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Ciao! Ciao!